Die Firmen ABC Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Sie wollen auf bequeme Art die Alpen erkunden? Dann liegen Sie mit den E-Bikes von Rentebike genau richtig. Im modernen Shop in Reit im Alpachtal bietet die Firma ein Rundumpaket. Von Verleih und Verkauf über Service und Reparatur bis hin zu Ersatzteilen und Zubehör. Beratung durch fachkompetentes Personal darf dabei natürlich nicht fehlen. Seit 2017 stehen Gründer Harald Püringer und sein erfahrenes Team mit Expertise zu Rädern sowie Plänen zu attraktiven Touren zur Verfügung. Dank eines breiten Angebotes an Top-Marken und Partnerschaften ist für jeden das richtige Modell dabei. Egal ob E-Bike, Neuling oder Profi. Für alle erkundungsfreudigen Urlauber ist auch das Laien direkt in ausgewählten Hotels in der Umgebung möglich. Professionelle Pflege und Wartung garantieren Ihnen so ein unbeschwertes und außergewöhnliches Naturerlebnis per Fahrrad. Rent a Bike – Mieten, Biken, Genießen Bis zum nächsten Mal. Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020